Du musst zu mir köpfen, der kommt zu kurz, oder spielen? Ich habe gesehen, wir haben zwei gute Schützen. Wir haben uns nicht geschossen. Infanterin hat der Kreiszieger. Ich weiß auch, wo irgendjemand von uns hat auch nicht geschossen. Das gibt mir Zuversicht. Ah, mein Akkodum. Lass mich, lass mich. Komm, komm, komm. Fokussier, Männer. Ich bin auch da, Aukon. Ich bin auch da. Dreh auf, Dreh auf. Nein, nein, hey, nicht so. Wie spielst du mir, Bro? Hä, warst du unter Druck? Guck mal, du musst den aufdrehen. Du musst, ja, aber du darfst nicht ins Tor reindrehen, Bro. Und ruhig bleiben, weißt du, aber ruhig bleiben. Jawoll, Männer, wir sind drin. 2-2. Männer, zu, ey, draufschieben. Rechts ist doch gar nichts mehr los. Hand. Nein, nein, Mann kommt. Männer, ich sage, wenn Torwart kommt, Punkt. Dann gibt's keine Missverständnisse mehr. Das war richtig so, die Ansage. Easy. Hintermann kommt. Ja, ja, ja. Viel Zeit, viel Zeit. Bin auch da, bin auch da. Außen, außen. Oder so. Geil, geil, geil. Und das T-Zeit. Oh, kein links oder so. Oder so. Aufdrehen, aufdrehen. Mach mal, mach mal. Drei. Oh. 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 Hey, was? Schauber. Start, wo kann. Zuckerball. Oh, Bockstark erhalten aber. Bockstark erhalten vom anderen Keeper. Jetzt wieder achten, jetzt wieder achten. Die machen immer lange Bälle. Wir können nichts außer lange Bälle. Okay, wir vielleicht auch nicht. Okay, okay. Dreh auf. Gutes Kommando. Stark, der Fünfer kann was. Der Fünfer hat höher gespielt. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ey, der Bad ist so schmutz, schmutz, schmutz. Du musst zu mir köpfen, der kommt zu kurz. Oder spielen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie viel Fu hat das hart? Jungs, von eins bis zehn, wie geil war die Hacke von mir? Ja, gerade zehn. Klar hatte zehn. War auch klar offensichtlich, dass ich Hacke machen werde, ne? So, die Pfanne. Aus. Raun, rein kommt die C1 von Pümelhof. Bitte mal Applaus. Was für ein paar Paraden sind die Kette in die Bums und uns. Jungs ruhig. Die werden uns auseinandernehmen glaube ich. Hinten komm. Nico war es von mir. Bin auch da. Alles gut, war perfekt sogar. Der war perfekt. Langsam, langsam. Nur Körper, jetzt nur Körper. Genau Junge. Ich schwöre auch kein bester Mann auf dem ganzen Feld. Nico, Sprint Junge, Sprint. Komm Junge. Auf jetzt. Ja genau, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Okay Nico, alles richtig gemacht Nico, alles richtig. Bruder, kennst du die Minions? Die sind Bösewicht, der hat genau gleiche Körperbau. Ja Nico, gut Versuch, komm Junge. Komm Junge, komm. Hey, hey, hey. Genau den meine ich noch. Bist du da? Langsam kommt die Sonne raus, das ist schön. Okay, Guys. It's time to shine, Männer. Komm. Nico, bisschen reinziehen. Nico, bisschen rein. Du musst auf die Höhe. Genau, weiter, weiter, weiter. Stopp. Geil. Du hast zu Ockern immer so 10 Meter Haftstand Maximum. Okay. Nico, Nico. Es passiert, Bruder, es passiert. Es ist gar nicht schlimm. Alles gut. Es passiert, Bruder. Danke. Tor für Team Pomi. Neues Spielstand. Ja, ja. Bin auch da? Sauber. Du hast wieder den Ball, du hast Zeit. Nico, jetzt rein, Nico. Jetzt rein, also hier in die Mitte. Und wenn der Ball kommt, einfach zurückbolzen. Du bist so die Absicherung nach dem Eckball, okay? Guck mal, du gehst zu dem hier. Du gehst zu dem Kollegen hier hin, an Mann ran. Weil vor der Mittellinie gibt's kein Abseits, okay? Gelb auch. Karol, nimm dir den mal. Den Freistoß. Geh mal hin, renn mal hin, hol dir mal den Freistoß. Ja, hol du, schieß du. Ganz sicher. Links. Wenn du Eier hast. Nichts. Wenn du Eier hast. Links. Oh, war Standbein aber auf locker. Auf ganz locker. Ich dachte schon, du haust ihn in die Wallachei, ne? Ich dachte auch. Er hat nicht mehr an sich selbst geglaubt. Halt ihn mal jetzt. Lang. Hol ihn weg. Tricks Qualle aus. Ein und Rabona. Männer, man muss immer an seinen Traum glauben, irgendwann neben ein Tor schießen zu dürfen. Danke, Qualle, für die Chance, endlich dieses Ziel in meinem Leben zu erreichen. Geil, ich freu mich. Aber ich fand's voll schön von euch, dass ihr gesagt habt, geht's vor, Junge. Ja, ich hab doch auch gesagt, renn, Bruder, renn, nimm ihn dir, den Elfer, Junge. Fortnite. Bester Goalkeeper. Selber eh nicht drauf. Karol, komm, wir gehen. Noch 9, glaube ich. Interessant probieren sie jetzt, glaube ich, nicht.